Hey Leute was geht? Herzlich Willkommen auf meinem neuen Kanal und ja heute ist ein guter Prank angesagt. Ich habe vor mit meinem besten Freund Okan Nils zu pranken, ist ein sehr guter Freund von uns. Der war halt drei Wochen lang weg, irgendwie auf so einem Praktikum, irgendwie sowas. Auf jeden Fall, wir haben uns noch gar nicht getroffen, seit ungefähr drei bis vier Wochen. Und heute werden wir uns wieder treffen und ich habe ihn gestern Abend angerufen, habe gefragt, yo was geht? Erstmal wieder rausgehen, was starten? Der war gleich dabei. Und ja, jetzt ist es halt soweit und heute habe ich ihn vor zu pranken. Seid gespannt was ich mache, soll noch eine Überraschung bleiben und ja, dann bis gleich, bis wir die Sachen aufbauen mit Okan. Ciao. Ich habe da noch mal ein Handy drin, du Spaß, Alter. Ich habe da noch mal ein Handy drin, du Spaß. Nils... cuidam... deine Kippe ist aus dem Wichser cuidam Nils... da sind richtig wieder Du kannst oben duschen gehen Youtube Bruder Youtube Scheiße Mikael Das war unser Prank Ihr habt euch mit dem Falken angelegt Ihr habt euch mit dem Falken angelegt Nils darf ich einfach aus seinem Rücken filmen ja das war der Das war der, das war der. Ansage für den Kampf, Alter. Also Leute, habt ihr gehört? Ansage. Also Leute, wir haben unseren Prank erfolgreich bei Nils ausgeführt. Und sind schon fleißig am Schneiden. Man sieht's. Ja. Stopp, Lepo. Da hat der recht. Ja, was soll's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einfach mal einen Daumen da und ein Abo. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Also Leute, wir haben unseren Prank erfolgreich bei auf, also bei, das musst du rausschneiden, okay? Wir sind schon prächtig am Schneiden hier. Warte, ich mach nochmal einen Neuen. Also Leute, wir haben unseren Prank bei Nils erfolgreich bei auf. Das ist ein Wiener, der Lüft hat von der Sack auf mich. Nein, wie liegt jetzt mit dem Coach? Nein, drei. Also Leute, wir haben unseren Prank erfolgreich bei Nils ausgeführt und sind schon fleißig am Schneiden? Ja. Mit dem Siegzeichen hier. Schön. 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 Schön.